So, nochmal zur linken Seite. Eines der höchsten Abgasschlote überhaupt vom Niederrhein, 250 Meter hoch und dieser Schornstein, er gehört zur ehemaligen Duisburger Kupferhüte. Die heißt nämlich hier heute DK Recycling. Hier waren einst bis zu 4000 Mitarbeiter damit beschäftigt, bei der Kupfererschmelzung geringere Mengen an Gold und Silber zu erschmelzen. Dieser Betrieb ist trotzdem unrentabel geworden. Man hat sich hier gesund geschrumpft und zwar auf 250 Mitarbeiter. Ja und die stellen hier heute noch an zwei Höfen aus hochwertigen Reststoffen, zum Beispiel Gusteile für die Motorenindustrie her. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite Steuerbord, ein Frachtschiff liegen, die Big Ben, die Big Ben liegt und dort der Portalkrananlage von der Firma Renus Logistik. Eine reine Spedition. Hier bei Renus kommen Stahlfertigteile zum Umschlag. Drähte, Stangen, Matten, Rohre, Bleche, Winkelhaisen, Vierkanthaisen, Profilhaisen und dergleichen. Und diese Ware hier, die kommt aus dem Saarland, aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Duisburg. Die wird hier oben an Land zwischengelagert. Dann wird sie wieder zu Partien zusammengestellt und vorzugsweise in diese erwähnten Rheinseechäfe, diese Kümos, verladen. So ein Kümo hat nämlich einen Vorteil, wenn er in Duisburg lädt. Er erspart sich die Zeit und anfallenden Kosten für einen Zwischenumschlag in den Seehäfen. Das wäre dann für Rotterdam, Amsterdam oder auch Antwerpen. Die Kümos fahren nämlich direkt nach der Beladung im Duisburger Hafen durch, bis zu ihren Bestimmungshefen. Die liegen dann meistens in England, Frankreich, Spanien. Es geht in Unterwitz Südafrika, ja und auch in die baltischen Länder. Bevor wir jetzt auf den Rhein hinausfahren, werden wir noch eine trockenen Verladeanlage bei der Firma Renus unterqueren. Unterqueren deshalb, wir haben hier ein Hallendach, was sehr weit übers Wasser hinausragt. Denn unter solchen Dächern kommen Güter zum Umschlag, die nicht nass werden sollten. Allgemein solche Sachen wie Papier oder Zellulose, wie in unserem Fall bei Renus, sind es Artikel aus Stahl. Ja und von diesen Hallen, von diesen trockenen Verladeanlagen, gibt es im Duisburger Hafen zehn Stück. Vielleicht die alle passiert haben, werden wir im Anschluss auch den Außenhafen verlassen und das geht dann auf den Rhein hinaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.